moin zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen blog ja ich befinde mich gerade auf fehmarn genauer gesagt in der jube verbringe ich ein wochenende mit meiner familie auf dem campingplatz und ich dachte mir ich nehme euch einfach mal wieder mit ich würde sagen wir legen euch los und viel spaß so wir haben jetzt nächsten morgen ich befinde mich hier gerade hier im zelt und wir machen uns jetzt auf den weg nach burg los geht's so sind jetzt in burg angekommen genauer gesagt sind wir hier am hafen burg starken ja das ist so der hauptjachthafen von fehmarn genau und ich zeige euch das einfach einmal ein bisschen los geht's bis zum nächsten Mal So, beim Hafen sind wir jetzt soweit durch, jetzt sind wir auf Frühweg zum Auto und ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich beim Chemicplatz wieder. Bis gleich! Wir sind wieder zurück am Chemicplatz, ja, der Rest ist schon runter gegangen zum Strand, ich dachte mal, ich nutze nochmal die Gelegenheit und zeige euch unser Zelt. Hier erstmal das Zelt von außen, ja, ein paar Stühle, dann ein kleiner Tisch, genau, dann gehen wir erstmal ins Vorzelt, ja, genau, wo hier ein paar mehr Lotto sind, schlafen zwei hier auf der Matratze im Vorzelt, das geht auch wunderbar, ist kein Problem, dann haben wir hier einmal so eine Box zum Verstauen, dann noch eine kleine Kühlbox, ja, und dann haben wir uns hier drehen, haben wir hier die Schlafkabine, hier sind dann zwei Feldbett drin, eins ist hier hinter mir und eins seht ihr ja gerade, genau, das ist das Bett, wo ich schlafe und das ist dann auch schon alles, genau, dann gehen wir erstmal wieder raus, gut, dann gehe ich jetzt auch nochmal zum Strand runter und da will ich dann nochmal ein paar schöne Drohnenaufnahmen machen und die seht ihr dann hier im Anschluss. Viel Spaß! Schlafkabine? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, die Drohne ist wieder sicher gelandet. Das war's dann auch mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!